Was ist das für ein toller Laden? Das hat mich schon sehr imponiert, weil das sieht man nicht jeden Tag. Ja und dann die Behandlung, also von der Assistentin bis zum Arzt, das war alles unglaublich vertrauensvoll. Angstnehmend kann eigentlich nur Positives sagen. Also auch die Professionalität, die man hier so erlebt, die ganzen Behandlungen und Vorbehandlungen und Röntgen und das ist alles immer auf dem neuesten Stand. Und ja, das ist einfach klasse und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich fühle mich wunderbar. Also das war auch so eine Geschichte, wo ich ja lange mit mir gekämpft hatte. Die Zähne waren nicht mehr so toll. Und wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, dann denke ich, wow, das sieht ja gut aus. Und meine Frau ist auch hellauf begeistert. Also das ist schon mal gut rübergekommen. Und ja, ich bin damit rund unzufrieden. Ich bin ja mit einer Menge Angst im Rucksack hier angereist. Und das ist nicht mehr da. Der Rucksack ist weg. Ich fühle mich wunderbar.